Ach, Hanna, weißt du, was das Problem ist? Glaubst du wirklich so, wie du aussiehst, wird Tom irgendwann auf dich abfahren? Wenn Tom dich nur wegen deines Aussehens gut findet, dann tschüss. Du brauchst keine Typen, vor allem nicht so einen. Wer sagt denn, dass er dich erobern muss? Ja, du kannst ja genauso gut den ersten Typen. Hey, wir machen dich hier nach. Also, Hanna, ich und das mit dem Let's Player eine superneiße Idee. Fame, Follow-Us, Likes, Community, Sponsoring. Letztendlich ist nur wichtig, was du hier fühlst, Anna. Oh, in der Mitte hineinspüren und so. Was sagst du eigentlich zu kommen und sehen, dass du in der Schlampe rumlaufen hast? Wie bitte? Glaub mir. Nur weil du bald auf deinem Tag gehen möchtest, weißt du, wo das rausgeht. Lass uns rausgehen zu tun. Niemand darf die Todeszone betreten. Jeder Versuch wird mit dem Tod bestraft. Das sind die Regeln. Wir sind die Zukunft! Sigmundus Creatus Est! Sigmundus Creatus Est! Warum hat sie dich nicht getötet? Wer bist du wirklich? Ich will, dass du es mir zeigst. Was wirklich in der Todeszone ist. Hallo? Ich... Ich wollte sie nicht erschrecken. Manchmal glaube ich, es hat ja nie abzuregnen. Ich bin... Ich bin... Silja. Bartosch! Ja! Einmal noch! Einmal noch! Das ist ein Burschen. Wie soll er heißen? Was? Ey, verpiss dich da! Was? Hast du noch Fragen? Magnus kommt. Na, schön am chillen. Was für eine verfickte Psychoscheiße. Aber wir lassen uns nicht verarschen. Wir sind schon gearscht. Wir brauchen einen richtigen Plan. Ja. Ja, auf jeden Fall dabei. Isabel, wir haben gerade angestoßen. Wir werden sterben. Ich hab gedacht, das ist eine Sauftour nach Hades. Hades ist die Unterwelt der Antike. Was dachtest du denn? Äh, ich dachte, das ist irgendwas in Bulgarien, wo alle feiern gehen? Du fantasierst.